So, sind wir doch wieder auf dem Planeten. Huch, achso. Die habe ich komplett vergessen. Und Hundi ist immer noch da. Sehr schön. Die Bäume sind hier auch richtig schön gewachsen. Oh. Ui, 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 ui. Karotten und Navinkos mit. So, also wir haben reichlich zu essen. So, dann würde ich mal sagen, ich baue hier erstmal meinen kleinen Unterschlupf für das erste Mal fertig. Sieben. Ja komm, Fenster brauche ich nicht. Fenster sind Haut, also bitte. Ich meine, wir brauchen schon Fenster. Wer will denn schon hier Tageslicht drin haben? Stör doch nur. Huch. So. Und das Holz reicht nicht aus. Tja, zum Glück habe ich einen kleinen Regenwald angepflanzt. Hehehehe. Und ich würde sagen, ich holze mal in eine Richtung ab. Zusammen kann ich ja nachträglich noch einpflanzen. Na komm schon. Anders als bei Terraria kann man hier die Setzlinge einfach nehmen und einfach einpflanzen. Das stört hier nicht. Und bei Terraria muss man bei Setzlingen mindestens zwei oder drei Plätze freilassen, damit die Bäume auch richtig schön wachsen und gedeihen können. Die Holzsachen hier können wir übrigens ebenfalls zu Kohle verarbeiten. Aber ich glaube für einmal Kohle kriegen wir dadurch irgendwo, ähm, und müssen wir davon uns von zehn Stück trennen. Und das ist heftig. Also wir kriegen jetzt vielleicht nur 51 Kohle Stücke dafür raus. Und das sehe ich halt überhaupt nicht ein. Avingo Seed. Für 100 verschiedenen Flavors. Okay. Also wir haben reichlich zu essen. Daran soll es schon mal nicht liegen. Dann pflanze ich mal hier neue Setzlinge an. Nein. An. Nein. So. Ähm. So. So. Was hat denn da jetzt schon wieder gefaucht? Stimmt. Ich habe es mir ja jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich weiß doch, von der letzten Aufnahmesession ist ja zum Glück noch nicht so lange her, dass ich erst mal Bandagen herstellen wollte. So. Jetzt habe ich auch wieder genügend Teilung. Dann wollte ich mich in die Tiefe buddeln. Huch. So. Warte mal. Ich habe jetzt Weizen. Habe ich Weizen? Doch da. Weizen. Dann werde ich mal hier ein bisschen Weed anpflanzen. Ja. Im hellen Licht. Nein. Oh. Ich Idiot. So. Soll jetzt auch nicht so verkünstelt werden. Ich will einfach nur, dass das Weed wachst. Äh. Wachst. Genau. Dass das Weed wachst. Oh. Da brechen schon die Saplings schon so ganz langsam aus. Wo buddel ich mich in die Tiefe? Wo ist er am geschicktesten? Ich denke mal hier. Obwohl. Da ist halt Hundi. Und den Hund will ich gern später als Hostie haben. Er ist bald befreit von dieser Misere. Dann buddel ich mich auf alle Fälle mal hier unten rein. Komme ich hier wieder raus? Nö. Jetzt schon. Ich muss aufpassen. Hier ist keine geringe Schwerelosigkeit. Und ich sollte mir mal das nächste Mal aufschreiben. Erstmal das Inventarleerenbuch. Warum? Ah. Okay. Vor allem sollte ich auch Fackeln herstellen. Scheiße. Das war jetzt mehr als beabsichtigt. Aber ja. Ist in Ordnung. So. Dann. Wird ich noch Plant Fibers mal sammeln. Kommt. Die Nuggets hier kann ich auch noch nehmen. Und da werde ich mal eher in den. Na super. In den Kern reingehen. Hoch. Hoch. Obwohl. Da ist Kohle. Nehme ich auf alle Fälle mit. Da war ich jetzt auch der Held vom Edbeerfeld. Kohle brauche ich nämlich, um auch von dem Planeten wegzukommen. Auf jeden Fall brauche ich reichlich Kupfer. Da. Und andere gute Rohstoffe. So. Was haben wir hier? Eisen. Joa. Komm. Nehme ich auch mal mit. Was ist denn das? Ach. Silberpick X. Okay. Also. Ich brauche jetzt reichlich Gold und Geld. Für eine Goldspitzhacke. So. Ich habe hier zum Glück genügend Fackeln. Und hier hat es Eisen. Oh oh. Ich habe es mir schon gedacht. Oh. Und das war schon zu viel. Warte mal. Ich habe doch Bomben, oder? Oder habe ich die jetzt weggeräumt? Ne. Tatsache. Da habe ich die. Oh oh. So. Wie funktioniert das mit der Bombe? Oh oh. Oh respekt. Respekt. Brenn. Brenn. Sehr schön. Eine Fackel hier, die nehm ich mal an mich, die Plant Fibers hier, gibt wieder Bandagen. So, schauen wir mal, wo soll ich mich in die Tiefe buddeln, nach links oder nach rechts? Ich würde mal sagen, ich buddel mich nach links, da gibt es wenigstens etwas Kupfer, aber ich brauche mehr Kupfer, bisschen Sauerstoff, obwohl jetzt könnte ich mich auch nach rechts unten buddeln. So, und hier könnte ich gleich mal eine Fackel hin platzieren, damit ich was sehe. So, und eine neue Höhle, das sieht doch gut aus, ich weiß jetzt nicht, bist du lieb? Ja, du bist lieb, anscheinend. Bisschen Fleisch. Plant Fibers, die bräuchte ich ebenfalls. Da kommt schon. Alter, wie viele Bandagen ich mir dann herstellen könnte. Gar nicht mal so verkehrt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vadon, bumm, bumm. Das war's. Bis zum nächsten Mal. ... Und dann, wenn du noch mal da.